Ja, weiter geht's. Weiter geht's mit einem Kampf, von dem ich niemals mehr in meinem Leben gedacht hätte, dass ich ihn nochmal sehe. Noch mal sehen muss, besser gesagt. Ey, ich will wieder zurück zu Dahaka, ganz ehrlich. Alles ist mir grad lieber wie der hier. Thanatos Hohengelächter. Darf ich dich bitte am Arsch lecken? Darf ich dich bitte mal richtig am Arsch lecken? Heilen, mich. Ich muss geheilt werden. Ich bin halb tot, so, grüne Frau und hier. Zack. Fick dich. The world needs salvation. Alles was du brauchst, ist ein Schwert in deinem Scheißkopf. Ja schön, er ist im Schock. A, geht der Schock eklig schnell runter. B, nützt mir das absolut null. Der Kampf wird Jahre dauern, vor allem, weil ich gar nichts machen kann grad. Danke. Toll. Schön. Herrlich. Herrliches Spiel. So, Schock am Arsch. Wie viel hast du noch? Von 3.307.400 hat er noch 2.308.950. Habt ihr euch was Schönes ausgedacht, liebe Fick-Entwickler? Na logisch. Die schaust du jetzt doch ganz anders aus, aber lassen wir's, hey. Ist das hier der Übergegner oder was? Ey, ich hab, ich hab vielleicht, ich hab nicht einmal ein Drittel? Logisch. Ey, wenn ich den Kampf verliere, dann ticke ich aus. Aber er scheint wenigstens keine solche Überattacke wieder zu haben, die ich absolut verabscheue. So, heilen. Das ist wenigstens schon mal gut. Ich möchte geheilt werden, weil ich bin halb tot. Liebes Spiel, tu was ich möchte. Grüne Front. Batandales Kack. Bitte, ich. Klar, scheiße gelaufen. Okay, weiter geht's. Heil mich. Danke. Na, Hauptsache, er macht göttliche Schadensveränderungen. Ich muss heilen. Wieso willst du immer Venil heilen? Ich muss geheilt werden. Na klar, jetzt kann ich gleich auf dem Paradigmen bleiben. Wegen Tanathos Hohn. Kack. Ja, komm, heil dich selber. Wie leid, den einfach mal keinen Bock hat, sich zu heilen. So, grüne Front. Batandales. Ficker. Okay, es freut mich doch mal schon mal sehr zu sehen, dass er keine solche Überattacke mehr hat. AK Strahleneruption. Aber der Kampf wird ewig und drei Tage dauern. Apo. Apfelsine. Na, klar doch. You can do it. I hope so. Heil mich. Du hast fünf ATP-Balkenabschnitte. Ich glaube es aber nicht. Ja, toll, du hast neue Sprüche. Du bist im Schock. Kacker. Jeder Gegner, der im Schock ist, kann nicht angreifen. Na, Hauptsache er. Hauptsache er. Hauptsache ich habe schon mal ein Drittel von ihm da. Ein Drittel. Nach. Ein Moment. Zehn Minuten? Ein Drittel nach zehn Minuten? Okay, Bartandales, du bist mein stärkster Gegner. Ja, vor allem wenn ich toll angreifen kann. Don't give up. I will never give up. I will hide myself. While you don't do it. Lightning, heile dich bitte selber. Liebes Matheheft, bitte helft dir selbst. Schock am Arsch. Verfickter Scheißschock. Leck mich am Arsch. Verdammt nochmal. Aber ich schlag mich ganz gut eigentlich, oder? Es geht. Ich muss zwar scheißenmäßig aufpassen hier, aber die Hälfte rückt näher. Ich habe ihn jetzt dreimal in den Schock versetzt. Ich bin mal gespannt, wie oft ich das noch machen muss. So, Snow ist wieder unfähig, was zu tun. Das ist schön. Heil mich. Vielen Dank. Vielen Dank. Ach, bitte komm. Fick dich doch einfach, oder? Der Schadensausput ist abartig, eklig. Grüne Front. So. Versetzen wir dich gleich ein viertes Mal im Schock. Weil wir es ja noch nicht gesehen haben. Ich bin mal gespannt, wie lange ich brauche. Wahrscheinlich ist wieder die Zeit, die man dafür vorgeschrieben hat, 10 Minuten. Aber es ist absolut unmöglich, den Götchen ein 10 Minuten zu schaffen. So wie ich das hier sehe. Weil ich brauche schon 10 Minuten hier für die Hälfte. Da brauche ich 10 Parts für den. Oh mein Gott, er ist gleich im Schock. Nein, wir haben den noch nicht gesehen, den Schock. Heil mich bitte. Vielen Dank. Wenigstens tut sie es einigermaßen annehmbar. So. Jetzt kann keiner von denen was machen. Jetzt bin ich gezwungen, abzubrechen, meinen Angriff und zu heilen. Weil keiner es im Moment kann. Grüne Front. Bartenderle, fick dich bitte. Dreimal ins Knie, du kleiner Ficker. Ich fick dich. Ich fick dich gerne. Und du mich auch. So wie ich das sehe. Ja, kannst du mich mal bitte heilen. Der Schock ist gleich völlig für den A. Alten. Sieht das jetzt endlich nach der Hälfte aus? Wo ist sie ja? Ich will nicht mehr. Gott, nee. Apotheose. Abartige Hose. Die scheiß Kirchenmucke. Ich habe sie zuletzt gehört auf der Palmikia und ich habe gehofft, sie nie wieder heranzumessen. Aber nein, das haben die Entwickler sich anders gedacht. Heil dich. Okay, das könnte jetzt eklig werden. Ah, okay Heilen Mich, sie kann sich selbst heilen Ich meine, dafür ist sie in der Rolle des Heilers So, nach vier Schock-Dingern Lebt der Kacker immer noch Ich glaube, ich habe hier noch nie einen Gegner So oft in Schock versetzen müssen wie dich Ich glaube, der achtmal Schock ist da auf jeden Fall drin Okay, Vitra ist die schönste Heilung, die sie kann Alles klar Fick dich doch, bitte Ich kann es nicht glauben Ich habe die Hälfte des Gegners tot Die Hälfte Nach, wie viele Parts, nobody knows, wa? Alten Heil mich, heil mich, heil mich, heil mich Okay, ich heile uns selbst I would never give up But please, heal Ja, ich frage mich, was ich thank you sagte Ich habe mich selber geheilt Aber vielleicht sagt sie das, weil ich sie unterstütze Das wäre natürlich auch drin Heil mich Apotheosenbülle Ja Heilen Schock Nummer 4 Natürlich Fick dich doch Oh mein Gott, er ist im Schock Ich glaube es ja wohl nicht Ich glaube es aber nicht Okay, Ex-Aniga ist die Kack-Attacke Alles klar So, jetzt muss ich heilen Ach, du bist hart Du bist mir viel zu hart Dass das reißt Aber ich werde jetzt sicher nicht mit Blitzschlag rum Tölich Logisch Klar Scheiße Oh, 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 oh Das wird jetzt eklig Ja, wenn nämlich alle drei nichts tun können Dann ist Sehr, sehr schlecht Weil Dann kannst du drauf warten, bis du stirbst So, ich heile mich jetzt voll So, schau erledigt Grüne Front So, Bartender ist Kack Er hat immer noch 1.531.881 Ich mache schon mal drei Kreuze, wenn er keine Millionen mehr hat Ich mache hier einen Cut